Herzlich Willkommen liebe Minecraft Freunde hier ist wieder euer Ruvie zusammen mit dem Lappen2009 sehr sehr kreativer Name zum Minecraft Techit Projekt und wir haben hier Robert Tree Bäume gefunden und er wundert sich schon was das für klebriges Zeug ist was da dran ist bei mir einfach mal ab die brauchen wir aber wir müssen warten bis die ganzen Zepplingsrunde gekommen sind weil sonst können die ja nicht woanders pflanzen hier liegt irgendwelches Zeug im Wasser ach ja hier ist ein Schwein von Sturm hatten wir nichts mit zu tun hatten wir nichts mit zu tun hat nichts mit zu tun darf man auch stark haben du kannst der mir mal helfen hätte ich ja oder du baust ne das ist kein Robert Tree bau mehr aber du kannst ich weiß aber oh ich hab nen Robert Tree Setzling oh bau hier einfach mal alles ab brauchen wir nämlich ein Setzling habe ich das ist bei drei ich auch ah ok dann haben wir zwei wir müssen mindestens drei rauskriegen am besten wären natürlich vier einfach als drei Bäume waren und wenn da weniger als drei rauskommen würden wäre das mit ganz schönen verarschen aber wie selten die da rauskommen ist echt erstaunlich ich hab zwei ich hab zwei obwohl es nur bei diesem einen Baum war jetzt haben wir jetzt haben wir insgesamt vier so ja ich hab einen du hast ein paar warte ich geb dir den mal oh funktioniert das nicht mit Kuh oder was warte hier 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 ich bin schon auf der anderen Flussseite weil hier sind nämlich Viecher die warten nur darauf von uns umgelegt zu werden juhu nein in einem anderen Sinne was lacht der jetzt so lecker meine Maus äh meine meine Maus ja meine Maus denk ich auch die ganze Zeit ran weil die leckt nämlich leicht und wieso ist meine aufnahme gerade so verdammt im Arsch ich habe doch 30 fps und trotzdem gibt es hier ein Mikro wie weit sind wir denn jetzt vom Spawn eigentlich entfernt 300 Blöcke erst wollen wir uns hier einfach mal so eine Hütte bauen ich meine wir haben Wasser hier und hier ist eine schön gerade Fläche das würde sich anbieten aber und jetzt jetzt dann bauen wir einfach mal von hier um hier hinten meine Güte wieso habe ich denn die ganze Zeit solche FPS-Drops da ist doch so ein See und dahinter ist ein Vulkan so ein schwarzes Ding mit einem Punkt drin aber da bin ich obwohl den Vulkan dürftest du gar nicht sehen weil du eine andere Zoom-Stufe hast um es ist ein es ist ein kleiner See dann kommen einfach mal zu die Welt 145 400 und ich grenze uns hier gerade mal eine gute Bauumgebung ab ja ich baue siehst du so Stein Dinge einfach mitten in der Gegend stehen ja da bin ich ja ja und alle die Bäume die hier innerhalb dieses Stein dieser Stein Viereck stehen können wir abbauen ich muss hier mal ich schätze das ist es hier ich schätze das ist es hier da war sogar richtig platziert ja das machen oh Gott ich habe schon wieder vergessen meine verdammten Timer zu stellen arg ich glaube das ist das Problem eines jeden letzten Jahres ja nicht eines jeden normalerweise nehme ich ja mit einem Programm auf das mir anzeigt wie lange die Aufnahme schon geht das Problem ist nur dieses Programm wollte nicht als ich schon angeschmissen habe hier sind Menschen die Kanzel auch noch schlachten gehen wenn du möchtest ich würde sagen wir bauen sie einfach mal so ein richtig hässliches Lagerhaus hin so ein Stein Blöck Du hast meine Axis Brotsch mhm? An Axis Brotsch hast du noch? ach Gott einige bitte hier 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 da müssen wir noch gar nicht auf die ganze Länge hier bauen aber ich heb hier schon mal das hier aus Hast du eine Schaufel noch, weil die bräuchte ich dann mal, weil meine geht recht schnell nieder. Ich wollte jetzt nicht sagen, down, weil das ist ja... Haufel-Hartbeschleiber. Oh. Wir werden hier richtig große Erdmassen bewegen müssen, bevor wir hier ein andehnbares Heim haben. Aber ich denke mal, das passt. Das ist doch für uns kein Problem. Nee. Du hörst dich gerade verdammt wohl an. Entweder du bist weit vom Mikro weg, du hast deine Hand vor dem Mund gehabt oder... Hört sich besser an? Ja, ein bisschen. Ich hab mich gerade etwas zurückgelehnt. Ach so. Es hört sich besser an, den Umständen entsprechend. Ich bräuchte ein ordentliches Mikro, aber... Na ja. Solange ich noch keine Let's Plays mache. Nee, aber du gehörst ja dazu sozusagen. Da wäre ein ordentliches Jahr angebracht. Na, ich hab's schon überlegt, mal, ähm... Ich mein, die Dinger kosten ja 5 Euro und da hast du wenigstens keinen Hallen mehr drin und einen besseren Ton als jetzt, ne? Ich wollte auch schon mal mit Let's Plays anfangen, muss ich zugeben, aber einfach, naja... Zeitaufwand? Hä? Zeitaufwand? Oh Gott, was macht das? Nee. Der Mikro. Na doch, mitunter auch. Aber auch, naja, dass man scheiße rüberkommt. So heißt, ja, ich bin da so ein bisschen... Sehr. Ja. Ich mach mir das viel vor. Komm dann bald bitte her. Ja, hier ist noch ein Baum, den ich zwar abfälle, aber eben extrem langsam. Warte, warte, warte. Ja, das geht vor allem um die drei Dinger da oben jetzt noch. Warte, warte. Komm mal hier hoch, da geht's vielleicht besser. Ja, man schiebt sich gegenseitig runter. Da, 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 eine extrem spannende Folge übers, äh, Haus bauen. Noch nicht mal bauen. Ja, zum Glück braucht man hier in Minecraft keine Baugenehmigungen einholen, sonst, ja. Sonst wären wir in zwei Jahren noch nicht fertig mit dem... Ja, du fällst jetzt noch die ganz großen ab hier hinten. Ich setz mal noch Dirtblöcke an, die dran, die auch noch definitiv ab müssen. Oder weg müssen. Ja, die innen drin sind ja klar, hoffe ich mal. Haha. Ich überleg gerade, soll ich schon mal anfangen, hier mit dem Fundament zu bauen, weil so viel Stein haben wir ja noch nicht. Hm. Oder wollen wir ihn doch aus Holz bauen, so ein bisschen. Oh nee, es wird Nacht. Nicht gut. Oh, wir können ja... Oh, mein Schwert ist fast kaputt, das ist keine gute Idee. Stell die Workbo... äh, die... Du weißt schon, die Craftingbox einfach mal irgendwo in die Landschaft. Damit wir hier ein bisschen Schutz haben. Äh, äh, beziehungsweise uns etwas Schutz craften können. Sozusagen. So, die Grundmauern haben wir jetzt mal ausgelotet. Keine Ahnung. Wie man sagt. Die Grundmauern gelegt. Na ja, ich baue hier gerade so. So. Äh, und pünktlich zum letzten Block ist hier mein Dingens kaputt. Haha. Wie viel Stein habe ich denn ja ein bisschen nicht genug für mich, schätze ich. Wir machen einfach mal hier so einen kleinen Bereich, den Rest den Bau nur später an. Ich würde sagen, wir bauen einfach so einen mega hässlichen Block hin, der dann nach oben hin, also in der zweiten Etage, aber ein total geiles Wohnhaus ist. Was hältst du da vor? Können wir machen. Setz mal die Craftingbench hier irgendwo hin. Bitte. Ah, hier läuft das Problem. Ich hasse es, wenn mitten in dem Baumkron noch irgendwo solche Stämme sind. Ja, ganz schön. Wunderschön. Wunderschön, warum das Zeug hier abgebaut wird. Aber merkst du was? Mit, äh, Techit kann dieses Grillenzirpen dazu. Hm. Auch insgesamt ist ein bisschen mehr dazugekommen. Ja, einiges mehr. Da hinten ist eine Spinne. Ich wollte schon sagen Cave Spider, aber... Cave Spider. Wogen im Kino. Wäre ein guter Titel für sowas. Und der Part ist auch schon fast wieder am Ende. Ach, du liebe Güte. Und wir haben dieses Haus nicht mehr zu Ende gekriegt. Also, zu Ende werden wir es eh in zwei Jahren nicht kriegen, aber... Ich empfehle den Film Maze Runner. Aber richtig. Hab ich geguckt. Der ist geil für mich. Hat was. Hat was. Hm, den haben wir ja halt gestern geschossen. Du hast... Du hast nur die Walkmanchen getan. Eieieiei. Was war das denn? Bist du noch da? Was war das? Ich bin bereit. Hab ich bemerkt. Und hier sind ja einfach zu viele Creeperhilfe. Kommst du nicht mehr rein? Warte. Spieler nicht gefunden. Also vom Server bist du definitiv. Also irgendeine Locks hat er dich nicht gefunden. Ich stimmel mich gerade wieder einlocken. Oh. Ist das Spiel abgestürzt? Ja, jetzt so. Oh, cool. War's cool? Du hast ja nichts wieder da. Kein klar, warum das passiert ist. Aber... Nein. Aber verdammt nochmal. Oh, scheiße. Zornbis. Ah. Ach, schlaf dich halt. Wir müssen aufpassen, dass hier keine Creeper kommen, weil sonst zersprengen die uns hier die ganze Bude und dann dürfen wir nochmal neu anfangen. Was verdammt ungünstig wäre. Da hinten ist ein Creeper, den werde ich mal aufs Korn nehmen. Und der Creeper hat zwei Freunde. Nennen sich Zombies. Oh. Ja. Ganz knapp. Eins. Zorn. Vier. Ah, fünfe. Braucht man für den. Ach, das bist du. Oh, ich dachte gerade, ich sei ein Zombie, ey. Boah. Da habe ich mich erschreckt hier. Ich regeneriere auch gar nicht, was recht ungünstig ist, ne? Äh. Wo bist du? Warum ist hier das Wasser schwarz? Das ist Öl. Ah. Ich brauche mal bitte die Workbench. Ich brauche mal bitte eben die Workbench. Warte. Wo soll ich sie dir hinschauen? Äh, einfach irgendwo hin, hier in diesem Bereich. Äh, ich brauche mal deine Fakten, bitte. Warte. Danke. Mach mal bitte noch eine Schaufel. Oh, und ein Schwert. Meins ist fast kaputt. Ich weiß nicht, wie es mit deinem aussieht. Also mach mal mehrere Schaufeln, bitte. Und gib dann mal bitte noch deinen Stein her. Ich habe ja noch einen... Oh, Fen. Da tue ich mal hier ein bisschen... Holzgäuermachen. Ich habe zwei Schaufeln. Ich habe zwei Schaufeln. Was brauchst du noch? Ein Schwert. Hier. Okay, hier ist das Schwert. Dann gib mal bitte auch dein... Auch eine Schaufel. Oh, Schwert hätte ich gehabt noch. Ups. Hehe, wusste ich nicht. Soll ich dir die Steaks geben? Äh, nee, aber ich bräuchte mal... Was war's, was war's? Wo ist denn die zweite Schaufel? Ich glaube, die hast du wieder eingesammelt. Ja. Äh, das Birkenholz. Du das Birkenholz dann mal bitte noch hier in den Ofen rein und nimm dafür das normale Holz raus. Das hast du die ganze Zeit wieder auf. Was macht ihr? Ja, du stehst auch vor dem Crafting Table, keine Ahnung. So, jetzt habe ich sie. Ah, jetzt. Oh. Du gehst nach Bollenfällen weiter und bewachst die Baustelle ein bisschen. Okay. Vor Creepern. Okay. Okay. Und jetzt. Der Part ist zu Ende und ich krieg's wieder nicht mit. Außerdem kann ich ohne Melodie verdammt überhaupt nicht singen, singen, sterben. Stern. Wir verabschieden uns für diesen Part von euch. Mindy of Tech-It Part 2. Demnächst gibt es den Part 3. Da kommt noch ein Creeper, der uns hier alles Gebaute auseinandernehmen will. Der Halunke. Wie hast du das gescheitert? Und du bist am Spawn 400 Meter entfernt. Scheiße. Bitte, hattest dir jetzt noch kein Waypoint gesetzt. Okay. Erstell dir mal einen neuen Wegpunkt. Was steht das hierher? Nein, jetzt hängt es wieder an. Boah. Erstell dir mal einen neuen Wegpunkt. Und zwar nennst du den einfach Punkt und dann sage ich dir gleich mal die Koordinaten nach hier an. Okay. Warte, warte, warte. Ich erstelle den jetzt einfach mal hier. Das ist ja egal, wo ich sage dir die Koordinaten ja eh an dazu. Ja. Ähm, X, 170. Y, ja, Y ist egal, dass die Höhe... Oder Y, ja, Y ist 65. Und Z ist 385. Oder macht 380. Ähm, 285. Ja. Ich... Okay. Sammle hier einfach mal die ganzen Items durch, damit die nicht dies bohren. Ein extrem lohnender Job. So. Oh, das wird jetzt jetzt die Steuern verrennen. Immerhin ist es Tag geworden. Immerhin ist es Tag geworden. Äh, ich denke mal, er rennt jetzt neben der Aufnahme hierher, ne? Und, joa. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Und, jetzt... ...